Okay, herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Video. Ich habe tatsächlich gerade ein verdammt geiles Video aufgenommen und zwar genau das, was ihr hier seht, nur ich habe es nicht aufgenommen. Ich habe einfach nicht auf Aufzeichnen geklickt. Perfekt. Das läuft auf jeden Fall. Gut, das ist jetzt ein Ergänzungsvideo zum Video, was ich gestern gemacht habe. Nicht so schlimm, wir machen das ganz einfach nochmal noch besser. Und zwar geht es heute um den ganzen Charakter E-Sports und warum Veracity da meiner Meinung nach die Nase vorn hat. Wir müssen erstmal wissen, Veracity ist im Bereich Gaming und E-Sports ebenfalls tätig, neben dem Proof of View. Klar, das geht irgendwo Hand in Hand, aber ich finde, das ist nochmal die Cherry on Top und die Cherry on Top wird hier nochmal beleuchtet. Und zwar ist es so, dass viele Gaming-Token gerade durch den Boden sprießen und tatsächlich ist Veracity schon seit 2018 ca. am Start und das heißt mehr oder weniger in dem Bereich schon ein Urgestein bzw. schon länger dabei. Ebenfalls mit patentierter Technologie. Das heißt eigentlich, Gaming ist auch gar nicht mehr wegzudenken. Das sehen wir bei Twitch, die ganzen E-Sports. Das sehen wir bei Twitch, auch die ganzen E-Sports-Belohnungen. Wie viele Leute da, wie viel Interesse da auch dran ist. Gaming ist eine riesen Community, das ist echt heftig. Und genau deswegen finde ich auch, Veracity hat massives Potenzial, also wirklich ein Easy-10x-Potenzial. Auch der Preis, den finde ich jetzt gerade recht günstig. Ich werde euch auch immer auf dem Lauf enthalten, wenn ich mir Veracity gekauft habe. Ich denke mal, das ist ganz geil. Also wenn dich das interessiert, dann gerne hier ein Abo da lassen, um nichts zu verpassen. Denn ich kaufe tatsächlich auch selber und akkumuliere selber und labere nicht einfach nur irgendwas über den Coin, ohne da Plan zu haben oder ohne investiert zu haben. Und ebenso ist es, wenn Gaming wächst, E-Sport wächst, aber auch Gaming-Token, dann profitiert Veracity in der Theorie eigentlich davon mit. Und das ist eigentlich ein gutes Invest. Dazu eine geringe Marktkapitalisierung von unter 100 Millionen Euro bzw. sogar unter 100 Millionen Dollar. Und das ist halt wirklich verdammt wenig. Gut, dann würde ich mal sagen, schnacken wir hier nicht weiter lang rum. Ich führe euch mal ganz kurz in den E-Sports-Charakter rein. Wichtig, ich bin kein Anlagenberater. Dieses Video dient dir lediglich als Informationsquelle. Okay, nochmal ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, was Veracity ist. Veracity.io ist eine Blockchain-Plattform für die Protokolle im Bereich von den E-Sports und auch digitalen Inhalten. Veracity liefert eine Transparenz, Sicherheit und Vertrauen durch die Proof-of-View-Technologie, die, by the way, patentiert ist. Und das Ziel ist es da, Online-Anzeigenbetrug zu vermeiden und auch später auch NFT-Betrug. Wir wissen ja auch ebenfalls, NFTs sind eine interessante Sache, eigentlich auch sehr zukunftsrelevant. Nur ist es derzeit so, dass 80, 90 Prozent wirklich Scam und Fake ist. Und stellt euch mal vor, Veracity kann da den Großteil der Probleme lösen. Wie viel Macht und wie viele Möglichkeiten Veracity da eigentlich hat. Da ist ein riesen Use-Case vorhanden. Und hier steht ebenfalls auf der Hauptseite von Veracity, dass die Branche auch mit Vera Esports, den ganzen Esports-Bereichen, dominieren wird. Da sie eine überlegende Blockchain-Technologie haben und ebenfalls ein sauberes und super gutes Zuschauererlebnis liefert. Ebenfalls wisst ihr bestimmt, ich bin ein riesen Fan, wenn ein Projekt auch gute Partnerschaften hat. Und hier natürlich heftige Partnerschaften im Gaming-Bereich. Und ich denke mal, jeder, der sich hier im Gaming-Bereich irgendwo schon mal aufgehalten hat oder aktiv zockt zum Beispiel, der kennt diese ganzen Firmen hier. Besonders Valorant als Partner, der kennt Riot Games durch League of Legends und der kennt auch PUBG. Also das sind wirklich große Namen und damit Partnerschaften zu haben ist schon sehr nice. Okay, aber wie bekomme ich denn jetzt auf einmal die Free Rewards und wie kann das tatsächlich alles funktionieren? Also du gehst auf Veracity, machst dir da ein Account, dann guckst du einfach Inhalte und regelmäßig ploppen dann hier so verschiedene Trophäen auf. Da klickst du dann drauf, also das heißt, du musst da wirklich aktiv dabei sein. Das ist ja auch das Hauptmotto, Watch and Earn. Und wenn du dann aktiv dann drin bist, aktive Zuschauer werden hier sozusagen belohnt und dann bekommst du rein theoretisch schon den Reward und das war's. Und dann kannst du damit tatsächlich auch In-Game-Währung kaufen. Du kannst damit das in Veracity-Token umwandeln, du bekommst alles auf deine Veracity-Wallet. Du kannst den ganzen Spaß in NFTs umtauschen, das zeige ich euch auch gleich nochmal und später dann auch in Bitcoin oder Fiat-Währung umtauschen. So sieht das dann ungefähr aus. Da steht dann, deine Balance ist ungefähr bei 40.200 Punkten und damit kannst du eben verschiedene Sachen kaufen. Okay, wie kann das dann aber sein, dass man hier überhaupt irgendwas for free bekommt? Und zwar ist es eben so für den Werbetreibenden, aber auch für die Werbeplattform ist es einfach verdammt hilfreich und lukrativ, wenn die Leute wirklich aktiv die Werbung schauen. Denn es bringt nichts, wenn irgendwelche Leute gerade auf Toilette sind oder sich irgendwas zu essen machen und dann die Werbung sehen. Das geht ja dann einfach an denen vorbei. Und somit wird dann abgecheckt, okay, diese Leute sind tatsächlich wirklich gerade aktiv am PC und schauen sich das an. Denn man muss ja auch eine Handlung vollführen, man muss dann draufklicken, sonst verfällt dieser Reward. Und somit können die sicher gehen, okay, diese Person hat diese Werbung gerade wirklich gesehen und auch aktiv gesehen und hoffentlich auch verstanden. Und das ist natürlich für alle Seiten profitabel und deswegen ist es auch möglich. Gut, wir sehen dann mit diesen ganzen verschiedenen Veracity-E-Sports-Punkten, die du auch wirklich kostenlos bekommst, kann man sich dann Ingame-Währung kaufen. Und wir wissen alle, Ingame-Währungen sind eigentlich immer recht nice. Da geht viel Geld drauf löten von verschiedenen Personen, die da auch wirklich das Game feiern. Das ist ja auch nicht verwerflich. Wenn man das machen möchte, kann man das gerne machen. Was ich cool finde, ist, diese ganzen Gadgets wird es wahrscheinlich, da kenne ich mich jetzt nicht direkt aus, das stimmt auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich, aber die können tatsächlich auch exklusiv sein. Und exklusive Inhalte sind im Gaming sehr begehrt und das ist ein Alleinstellungsmerkmal, was ich auch sehr cool finde. Ebenfalls kannst du es auch in Veracity umtauschen oder eine Steam-Wallet-Card und so weiter. Und was darf nicht fehlen? NFTs. Wir sehen ja verschiedene NFTs. Du kannst dir eine NFT für 25.000 Veracity-Punkte kaufen. Natürlich sind diese auch ein bisschen teurer. Und wie wir sehen, dieser ganze Spaß ist schon sold out. Das heißt, da ist auch eine große Nachfrage dahinter. Und da sollte man dann schnell sein, wenn man wirklich sowas haben möchte. Tatsächlich kann ich mir NFTs besonders im Gaming-Bereich extrem gut vorstellen. Und wer sich ein eigenes Tournament erstellen möchte, der kann das auch mit Hilfe von Veracity machen. Den Link packe ich euch in die Bio, das ist jetzt nicht so interessant. Falls du dich dafür interessierst, kannst du da aber natürlich gerne draufklicken. Gut, und jetzt noch eine Anekdote, die ich tatsächlich gerade schon erzählt habe, die leider nicht aufgenommen wurde. Das ist aber wirklich sehr interessant und besonders für Leute, die vielleicht irgendwann an ihren Investments zweifeln. Und zwar höre ich tatsächlich öfter, ja, ich habe hier gerade investiert. Jetzt bin ich 20% im Minus. Bringt das Projekt noch was? Hat das überhaupt noch Potenzial? Oder ist es einfach nur Scam? Viele labern dann auch immer, hey, das Projekt ist Scam. Das ist Müll, nur weil der Kurs fällt. Aber das hat auch damit gar nichts zu tun. Klar, kurzfristig kann der Kurs fallen. Aber wenn man wirklich von dem Projekt überzeugt ist, sich damit auseinandergesetzt hat. Besonders für Gamer sollte das ganz interessant sein, sich da jetzt schon mal rein zu investieren. Weil im Endeffekt ist man ja in der Sparte und man kennt sich damit besser aus als eigentlich jeder andere. Und wenn man sich damit dann wirklich auskennt und vom Projekt wirklich überzeugt ist, weiß, was sie machen und was sie vielleicht noch verändern müssen. Und da sieht man natürlich das Potenzial. Dann hat man eigentlich auch keine Angst vor dem Investment. Und wenn der Kurs dann sinkt, dann weiß man auch ganz genau, was zu tun ist. Wenn man da wirklich dahinter steht, da kann man dann auch nochmal nachlegen. Also ich bin persönlich auch von dem Projekt überzeugt. Auch wenn ich jetzt nicht mehr aktiv zocke, weiß ich ganz genau, wie viel Hype das hat. Und dass es auf jeden Fall auch berechtigt ist. Zocken ist einfach krass und macht Spaß. Und deswegen investiere ich da auch gerne weiter. Und apropos, falls ihr wissen wollt, wann ich Verresetting nachkaufe. Ich informiere euch hier immer auf dem Kanal. Also gerne ein Abo dalassen, das würde mich sehr freuen. Dann auch ein Like geben, auch den Algorithmus dribbeln. Ich werde auch ein Gewinnspiel hier veranstalten ab den nächsten Videos. Also seid auf jeden Fall gerne dabei, wenn ihr darauf Bock habt. Und nochmal abschließende Worte. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich benutze sehr viele Apple-Aktien. Was labere ich? Ich benutze sehr viele Apple-Produkte. Gut, hatte bislang aber noch gar keine Apple-Aktien, beziehungsweise nicht so lange. Und ich habe mir so gedacht, hey, wenn ich mir schon ein MacBook kaufe oder ein Mac Mini oder sonst was, dann brauche ich eigentlich auch Apple-Aktien. So, ergibt doch eigentlich nur Sinn, wenn ich von dem Projekt überzeugt bin, beziehungsweise von dem Unternehmen, die Produkte mag und damit einfach super klarkomme. Warum dann nicht einfach in das Unternehmen zu investieren und davon mehr oder weniger zu profitieren? Weil wenn der Apple-Kurs sinkt, dann weiß ich ganz genau, ich brauche keine Angst zu haben und kaufe, wenn ich will, dann nur nach. So, und dann interessiert mich im Endeffekt das ganze Kurzfristige nicht. Denn bei Apple-Aktien, die halte ich auch lange. Ich will die einfach nur haben, weißt du? Und genau so sollte man tatsächlich vorgehen vom Investieren. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare. Das war es mit meiner Anekdote. Viel Spaß noch bei deinem restlichen Tag. Ich werde jetzt das Video schneidend hochladen, danach auch ein bisschen chillen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Peace out. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.